Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde hier im digitalen Rahmen. Es geht heute um die Zukunft der Stadt Osnabrück. Wir wollen über Ziele sprechen, über Chancen und auch über Herausforderungen, denen sich die Stadt stellen muss. Das Ganze ist eine digitale Podiumsdiskussion, eine gemeinsame Veranstaltung der Hochschule Osnabrück und der Universität Osnabrück. Werfen wir den Blick in die Runde. Wer ist heute mit dabei? Wir haben Prof. Dr. Martin Franz mit dabei von der Universität Osnabrück. Er ist Leiter des Instituts für Geografie, spezialisiert auf Human- und Wirtschaftsgeografie. Für den soziologischen Blick auf die Dinge mit dabei ist heute Ingen Rommel, ebenfalls von der Universität Osnabrück, genauer gesagt vom Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien. Des Weiteren mit dabei ist Prof. Dirk Manske von der Hochschule Osnabrück, spezialisiert, beziehungsweise Experte für den Fachbereich Städtebau und Freiraumplanung. Und von Seiten der Stadtverwaltung begrüße ich Frank Otte, den Stadtbaurat von Osnabrück. Ein herzliches Willkommen in die Runde und willkommen auch an alle, die zugeschaltet haben oder sich draufgeklickt haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, und mein Name ist Merle Giebler. Ich darf durch die kommende Stunde leiten. Jetzt habe ich eine kleine kurze Blitzrunde mal gemacht, zumindest Ihren Namen mal genannt. Ich fände es ganz wunderbar, wenn Sie ein paar Takte über sich selbst verlieren würden. Eine ganz kleine kurze Vorstellung. Wer sind Sie? Welchen Bezug haben Sie zu Osnabrück und vor allem auch zum Thema Stadtentwicklung? Herr Franz, vielleicht beginnen Sie. Ja, Bezug zu Osnabrück. Ich bin jetzt seit 2014 hier in Osnabrück, habe vor allem in diversen anderen Städten gelebt und wohne hier auch relativ zentrumsnah und erlebe die Stadt damit natürlich jeden Tag. Wissenschaftlich beschäftige ich mich mit unterschiedlichsten Fragen. Dazu gehört nachhaltige Transformation von Gewerbegebieten. Dazu gehört aber auch die Einzelhandelsentwicklung. Und privat interessiere ich mich generell für alles, was auch mit Stadtentwicklung und auch Verkehrsentwicklung zu tun hat und beobachte natürlich dann hier die Stadt sehr genau. Vielen Dank. Frau Rommel, möchten Sie fortfahren? Ja, gerne. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, also ein privater Bezug ist für mich, dass ich hier mein Studium begonnen habe. 2007 bis 2010 habe ich hier gelebt und bin jetzt wieder im Rahmen meiner Beschäftigung am IMS seit letztem Jahr wieder hier und wohne jetzt auch mal wieder in einer anderen Ecke, ein bisschen im Schinkel, der für mich auch sehr spannend und interessant ist, den ich vorher nicht so gut kannte. Ja, und vom wissenschaftlichen Punkt her ist es so, dass ich aktuell in einem Forschungsprojekt am IMS aktiv bin, das heißt aktiv zivil und beschäftigt sich damit, ja, wie sich sozusagen die Willkommenskultur in den letzten fünf bis mittlerweile sechs Jahren entwickelt hat. Und da spielen natürlich auch sozialräumliche Aspekte eine große Rolle, Aspekte von Integration und auch von, ja, Brückenbildung zwischen Menschen, die vor längerer Zeit migriert sind und eben auch Menschen, die ja im Rahmen der großen Anzahl von Geflüchteten ja auch nach Osnabrück gekommen sind. Und ja, das finde ich sehr spannend und ich freue mich sehr stark auf die Diskussion und die anderen Perspektiven. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Herr Manske, möchten Sie fortfahren? Ja, danke schön. Ja, ich habe in Dresden und in Tiflis das Glück gehabt, Architektur und Städtebau zu studieren und mich hat es über die Zeit seit 2003 nach Osnabrück gespült. Und hier habe ich eine Stelle für Städtebau und Freiraumplanung im Kontext der Landschaftsarchitektur. Und das bringt einen ganz anderen Blick auf das harte Thema der Stadt, weil man plötzlich das Thema der weichen Räume natürlich mitdenkt und immer mehr auch durch die Partnerkollegen lernt, mitzudenken. Das war für mich auch eine sehr schöne Situation, ein schöner Umstand, der mich ja auch ziemlich lange, also bis heute festgehalten hat. Der Hintergrund meiner Forschungsarbeit ist der Begriff urbane Atmosphäre. Ich versuche also zu verstehen, was die tradierten Städtebaugesetze mit den heutigen Peripherien zu tun haben und mit den Landschaften, die sich da durchgeben, um darüber sozusagen räumliche Aspekte stärker zu vermitteln und vielleicht auch mitzugestalten. Vielen lieben Dank. Herr Otto, dann gebe ich das Wort noch an Sie. Ja, vielen Dank. Beruflich bin ich einfach durch meinen Job natürlich sehr intensiv mit der Stadt Osnabrück und der Entwicklung dieser Stadt verbunden. Ich bin seit 2013 hier in Osnabrück Stadtbaurat, bin gerade im letzten November für die nächsten Jahre wiedergewählt. Ich bin Osnabrücker. Ich kenne diese Stadt seit meiner Geburt, bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, habe aber in meinem fast 40-jährigen Berufsleben dann auch in anderen Städten wie Karlsruhe, Bielefeld, Stuttgart, Nordhorn gearbeitet und somit auch einen anderen Blick auf Stadt gehabt, in verschiedenen Größenordnungen von Städten auch und habe mich in letzter Zeit sehr stark auch mit dem Mobilitätswandel befasst, weil ich glaube, dass er maßgeblich dazu beiträgt, dass die Stadt, die Städte allgemein, nicht nur Osnabrück, sondern dass die Städte allgemein wieder lebenswerter werden. Wir haben auch in Osnabrück eben eine autogerechte Stadt und da müssen wir, glaube ich, von wegkommen, damit die Stadt wieder den Menschen zur Verfügung gestellt wird, die sie auch erleben möchten und nicht nur durchfahren möchten. Ja, ein guter Punkt, ein gutes Stichwort auch. Sie haben es gerade schon gesagt, Osnabrück soll lebenswerter werden, vielleicht auch lebenswerter. Wir haben hier jetzt eine, würde ich sagen, recht bunte Runde von Experten mit dabei, die alle auch eine eigene Perspektive auf die Stadt haben, eigene Erfahrungen auch mit Osnabrück gemacht haben. Deswegen mal die Frage, wie lebens- und liebenswert empfinden Sie denn Osnabrück und wo sehen Sie vielleicht die größten Punkte, wo ist der größte Handlungsbedarf? Was muss sich in naher Zukunft oder ferner Zukunft vielleicht auch ändern in Osnabrück? Herr Otto, vielleicht darf ich das Wort direkt nochmal an Sie geben. Also ich finde Osnabrück liebenswert. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass ich immer wieder, ich sagte es eben, wo ich überall gearbeitet habe, immer wieder nach Osnabrück zurückgekommen bin. Ich finde, Osnabrück hat eine hervorragende Größenordnung und wir müssen halt einfach daran arbeiten, dass die Dinge, die in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, negativ gelaufen sind, nämlich ein enormer Verkehr in der Stadt, dass wir diesen zurückdrängen und die Räume wieder zurückgewinnen. Wir haben an vielen Stellen, gerade auch in der historischen Bebauung, Qualitäten, die dabei sind, nicht in Vergessenheit zu geraten, aber die dabei sind, Schaden zu nehmen, weil an vielen Stellen der Verkehr so massiv zunimmt, dass es auch dazu führt, dass diese Wohnungen an bestimmten Straßen nur noch unter Preis vermietet werden können, was man den Fassaden dann auch ansieht. Ein schönes Beispiel ist die Martini-Straße. Wenn man da durchgeht, dann finden Sie dort wirklich schöne historische Fassaden, die aber nicht unterhalten werden, weil sich das anscheinend nicht lohnt und man nicht die Mieten erzielen kann, die man dafür braucht. Ich finde, das ist ein Faktor, der oftmals überhaupt nicht oder ganz wenig Beachtung findet, wie viel Vermögen vernichtet wird dadurch, dass wir uns es leisten, dass wir 60.000 Einpendler in die Stadt haben, die anscheinend keine andere Wahl haben, als mit dem Auto zu kommen. Das sei aber nochmal diskutiert, ob sie wirklich keine Wahl haben. Ich habe eine sehr große Hoffnung, dass wir in einem Umformungsprozess jetzt sind, auch durch die Pandemie. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit meinen Kollegen in der Region Stuttgart gesprochen und dort erstaunliche Veränderungen vernehmen können. Die großen Konzerne Bosch und Daimler haben Zehntausende von Quadratmetern Bürofläche in der Stadt Stuttgart gekündigt, weil sie davon ausgehen, dass ihre Mitarbeiter höchstens noch zwei Tage die Woche ins Büro kommen. Das wird in Osnabrück und in ähnlich gelagerten Städten nicht so schnell passieren, aber es wird auch passieren. Das heißt, auch darauf müssen wir Rücksicht nehmen und wenn ich dann immer wieder noch aus der Politik höre, wir sind eine wachsende Stadt, dann würde ich da mal ein Fragezeichen dran machen, ob wir wirklich noch eine wachsende Stadt sind, weil plötzlich die Peripherien wieder spannend werden, wenn man das Thema Homeoffice mit einbezieht. Ich würde das Wort an der Stelle vielleicht gerne an Herrn Franz weitergeben. Wie bewerten Sie das aus geografischer Sicht? Also auch an Sie die Frage natürlich, wie liebenswert finden Sie Osnabrück und gerade was auf den Verkehr angeht für Sie als jemand, der, wie Sie eben erwähnt haben, sehr innenstadtnah lebt. Wie erleben Sie die Stadt? Also erstmal würde ich liebenswert auch unterstreichen. Ich finde, es ist eine sehr vielfältige Stadt, die für ihre Größe, das ist ja eher eine kleinere Großstadt, doch sehr, sehr viel zu bieten hat. Ich würde, wie Herr Otte auch, die Verkehrssituation als eines der zentralen Probleme dieser Stadt ansehen. Das erlebe ich jeden Tag auch auf meinem Weg zur Arbeit, der mich eben über die Eiburger Straße Richtung Innenstadt führt, die sicherlich ein Hotspot des Verkehrs ist, eine der gefährlichsten Bundesstraßen Deutschlands ist für Nicht-Autofahrer. Da ist sicherlich viel zu tun. Ich würde gerne auch noch was sagen zu dem letzten Punkt, den Herr Otte angesprochen hat. Diesen grundsätzlichen Wandel, den wir vielleicht jetzt infolge der Corona-Pandemie erleben. Das ist ja, als wir die erste Welle hatten, ging ja schon so eine Diskussion auch eigentlich in vielen Metropolen los, so der Abgesang auf die Großstädte aufgrund dieser Bewegung raus aus den Städten. Wir haben jetzt eigentlich schon gesehen, ganz so extrem ist es dann doch nicht. Trotzdem wird es diesen Effekt, dass halt mehr im Homeoffice gearbeitet wird, dem wird es definitiv geben. Das sehe ich auch schon allein hier bei uns am Institut. Auch jetzt, wo die Leute eigentlich wieder zurückkommen dürfen, tun das längst nicht alle so in dem Ausmaß, wie sie es vorher getan haben. Und ich glaube, also diesen Effekt wird es dauerhaft geben. Vielleicht nicht so extrem, wie er von manchen schon herbeigeredet wurde, aber Städte wie Osnabrück, die eben stark von Einpendeln auch geprägt sind, werden da sicherlich eine Veränderung auch erleben. Und das stellt sicherlich zum Teil auch eine Schock für die Stadt dar, wenn eben diese 60.000 Einpendler eben nicht mehr unbedingt jeden Tag hier reinfahren. Wobei man auch sagen muss, das betrifft natürlich nur ganz bestimmte Berufssparten, für die das überhaupt möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Auch das muss man bedenken. Das heißt, diese 60.000 Menschen sind sicherlich nicht das Potenzial, das im Homeoffice bleiben kann, sondern das ist nur ein kleiner Anteil derer eben, die eben auch von zu Hause arbeiten können. Wer sind denn die Leidtragenden, wenn das Homeoffice zunimmt und immer weniger Menschen wirklich in die Stadt pendeln? Die Leidtragenden aus meiner Sicht sind in erster Linie eben die Dienstleister, die eben auch auf diese Einpendler vielleicht als Kunden angewiesen sind. Wir haben eine Studie durchgeführt in der ersten Corona-Welle zu Auswirkungen auf die Gastronomie, auch in ganz Niedersachsen und konnten feststellen, die Gastronomiebetriebe in den Innenstädten waren am stärksten betroffen. Die Gastronomiebetriebe, die eher im ländlichen Raum lagen, denen erging es eigentlich während der ersten Welle am besten. Und das ist genau dieser Effekt, die sonst in die Stadt reingependelt sind oder vielleicht auch temporär in einer Stadt leben, wie hier eben auch viele Studenten, Studentinnen in Osnabrück. Die sind eben gar nicht mehr in die Großstädte gekommen, sondern eben an ihren Herkunftsorten geblieben und haben auch deswegen dann in den Städten nicht mehr konsumiert. Und den gleichen Effekt werden wir ja auch sehen, wenn auf Dauer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, werden, dass eben die Gastronomie dann vielleicht und vielleicht auch andere Dienstleistungen eben weniger nachgefragt werden. Gleichzeitig wird es vielleicht auch mehr Leute dazu verleiten, weiter aus der Stadt herauszuziehen, weil eben der Pendelaufwand nicht mehr so groß ist. Und das könnte sich natürlich auch auf Mietniveau, auf Wohnungsnachfrage, Häusernachfrage auswirken, weil ich ja da sagen würde, das ist eher ein positiver Effekt, gerade in einer Stadt wie Osnabrück, wo wir eigentlich eine zu hohe Nachfrage nach Wohnraum haben. Und wenn da die Immobilienpreise durch solche Effekte wieder leicht sinken würden, wäre das sicherlich zu begrüßen. Ich denke nicht, dass es irgendwie zu extremen Fällen oder einem extremen Niedergang der Immobilienpreise da kommen wird, sondern das sind sicherlich nur leichte Entspannungseffekte, die man erwarten oder erhoffen kann. Herr Manske, wenn ich das Wort an der Stelle mal an Sie weitergeben darf, bei Ihnen geht es ja auch viel um sinnliches Erleben von Städten. Wie hat sich das denn in Osnabrück gewandelt vielleicht im vergangenen Jahr oder den anderthalb Jahren inzwischen? Ja, danke für die Frage. Also nach der Corona-Krise ist tatsächlich eine interessante Beobachtung zu machen. Und zwar bedingt durch Corona haben wir ja die entleerte Stadt erlebt. Wir sahen sozusagen das Ergebnis jahrzehntelanger monostrukturierter Massenmobilität und der monostrukturierten Fußgängerzone. Und wo dieser Rahmen weggebrochen war, ist die Innenstadt plötzlich als öffentliches Leben am Ende gewesen. Wir alle haben eine verödete, eine verlassene und beinahe eine nicht gebrauchte Innenstadt gesehen. Und das finde ich hochgradig interessant, denn zugleich war auch eine wunderbare Verlagerung des öffentlichen Lebens zu beobachten. Und zwar bewegte sich das öffentliche Leben plötzlich im Quartier, fand also vor der Haustür statt und vor allem auf den nahegelegenen Grünflächen dieser Stadt. Diese große hysterische Tourismusfrage kam zum Erliegen und plötzlich entdeckten die Leute ihre eigene Stadt und ihr eigenes Umfeld und sogar die Nachbarn. Das muss man erstmal, glaube ich, sehr deutlich machen, weil das beeindruckend war. Und das Neuerleben dieses eigenen Umfeldes, hat jetzt das Potenzial, tatsächlich die qualitative Stadt auch komplex ins Auge zu fassen. Und mit qualitativer Stadt meine ich auch eine Stadt der Fußgänger und der Radfahrer. Die braucht langfristige, sehr robuste Strategien, die von der Politik geschützt werden müssen. Und da ist, wie Herr Otte erwähnt hat, ja die Mobilitätswende einen Hoffnungsschimmer. Ich meine, konkret gelernt haben müssten wir aus der, aus den zurückliegenden, sagen wir mal, zwei Jahren, dass das Leben in der Stadt und im Umfeld, also dort, wo wir unmittelbar leben, deutlich unterschätzt worden ist. Wir haben sehr stark die fernen Sehnsüchte geweckt, aber weniger die nahen Sehnsüchte. Die haben wir geradezu aus dem Fokus verloren. Und das sieht jetzt deutlich anders aus. Ich meine damit ganz konkret wirklich gute Radpflege und zwar keine Schnellradwege, sondern ich meine Radpflege für alle Generationen. Ich meine Obstalleen zu der Erholung in den grünen Fingern. Ich meine Aussichtspunkte in die Stadt, in einer Stadt, die Berge hat und ihre Topografie geradezu aus dem Auge verloren hat. Ich meine Schulgärten zum Beispiel als Räume der Begegnung zwischen allen Generationen. Und ich meine auch mit Blick auf die Landwirtschaft und auf die stadtnahe Landwirtschaft zum Beispiel Pferdekutschen zum Abholen der Kinder am frühen Morgen in die Krippen und Kindertagesstätten als eine tatsächliche sinnliche Anbindung des ländlichen Raumes sozusagen an die Stadt. Vielleicht so weit erst mal. Frau Wammel, wenn wir von der Verlagerung des Lebens ein bisschen in die Quartiere sprechen, das ist ja im Prinzip genau Ihr Fachgebiet. Welche Potenziale liegen denn darin? Ja, ich weiß nicht, wie es genau mein Fachgebiet in dem Sinne ist. Aber ja, ich denke, es lässt sich schon. Also einerseits, was jetzt auch schon gesagt wurde, die Mobilität ist eine andere. Ja, also man hat 15-jährige Teenager spazieren gehen sehen. Ich glaube, das war vorher lange nicht der Fall. Und ja, auch ich selber, ich bin eben zur Corona-Zeit hierher gezogen und kannte das Viertel noch nicht besonders gut und habe genau das auch getan, was auch Herr Manske gerade erwähnt hat. Nämlich, ja, einfach zu Fuß die Gegend zu erkunden und auch zu sehen, ja, wie am Haseradweg oder in anderen Flächen, ja, auf einmal die Leute eben draußen waren, sich mit Decken hingesetzt haben, Sport gemacht haben, wie wir es auch schon im Vorgespräch gehört haben, dass sich das mehr etabliert. Also ich denke schon, dass es insofern auch wirklich, ja, eine Chance war, sich anders zu entdecken, außer ohne das jetzt sozusagen, ja, die negativen Seiten und die Risiken jetzt da kleinreden zu wollen. Aber schon auch eben dieses Moment der Entschleunigung, eben das nicht sozusagen, ja, gerade dieser Weg zur Arbeit, der ja auch schon, also der auch für mich manchmal sehr stressbelastet ist, dass, ja, der eben wegfiel und damit auch, ja, so eine nahräumliche Orientierung da war. Genau. Was für mich noch, also um zu Ihrer Frage am Anfang zurückzukommen, da hatten Sie ja noch gefragt, was sozusagen noch außerhalb der Mobilität jetzt wichtige Themen wären und da ist für mich auf jeden Fall auch, ja, das Thema Leerstand ein Wichtiges. Was, denke ich, auch, ja, maßgeblich sozusagen das Atmosphärische, ich sage mal gerade jetzt um den Neumarkt herum, aber ich sehe das auch hier im Schinkel, wo sehr, sehr viele kleine Ladenlokale mittlerweile leer stehen und, ja, auch viel renovierungsbedürftig ist. Ja, das ist, denke ich, schon ein Problem, was schade ist, weil wir haben ja auch gerade gehört, einerseits gibt es Wohnraumknappheit, andererseits fehlen vielleicht Begegnungsorte, gerade auch für Menschen, die neu in Osnabrück sind, die auch hierher geflüchtet sind, aber eben auch, um in Kontakt zu kommen, eben mit, ja, den anderen Mitbürgern hier und das ist auch etwas, was wir halt im Kontext unseres Projektes jetzt, wo die Datenerhebung noch läuft, aber was wir immer wieder zu hören bekommen, ist, dass so niederschwellige Begegnungsorte ganz stark sozusagen zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt und auch eine Kontinuität eben, ja, eröffnen können und das war natürlich jetzt sehr schade, dass es gerade, ja, in diesen beschränkten Zeiten durch die Corona-Pandemie, ja, viele solche Räume teilweise sogar geschlossen wurden, teilweise eben nicht weiter aufrechterhalten werden konnten und wir haben in unseren Interviews auch schon festgestellt, dass da auch einiges an Engagement jetzt über die letzten anderthalb Jahre dann weggebrochen ist. Herr Otto, Sie hatten sich vorhin mal gemeldet, ist das noch dazu? Ja, also insgesamt eigentlich zu allen dreien, also ich glaube, ich kann eigentlich allen Rednern zustimmen, nur muss man zwei Dinge vielleicht nochmal beachten, nämlich das eine ist dieser Blick, den Dirk Manske hatte, auf die Menschen, die in der Stadt leben und die Freiräume in der Stadt und die Wege neu erlebt haben, das ist sicherlich auf jeden Fall positiv, das andere ist aber auch, dass man feststellen muss, dass eine Städte wie Osnabrück in dieser Größenordnung nicht aus sich selber existieren können. Das heißt, wir brauchen das Umland, wir brauchen natürlich die Menschen, die aus dem Umland kommen, die hier einkaufen, die hier arbeiten, die die Betriebe am Laufen halten. Das hatte Herr Franz ja eben auch schon bemerkt, dass auch nur ein Teil dieser Leute überhaupt Homeoffice-fähige Arbeitsplätze haben. Andererseits haben wir natürlich auch in der Stadt selber eine Menge Menschen, die hier leben, die auch Homeoffice-fähige Arbeitsplätze haben und da in dieser Kombination liegt, glaube ich, die Chance. Den einen Punkt muss Herr Manske vielleicht nochmal beantworten, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob wir unsere Freiräume so attraktiv gestalten können, dass sie über die Stadtgrenze hinaus wirken und Anziehung entfalten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir zumindest die Innenstadt so attraktivieren müssen, dass die Anziehung nach außen weiter entfaltet, aber dann eben auf eine verträgliche Art und Weise und vor allen Dingen auch mit einer verträglichen Mobilität. Und deshalb muss ich in einem Punkt Dirk Manske widersprechen. Natürlich brauchen wir Radschnellwege, nämlich damit die Leute von außen dann eben doch lieber mit dem Fahrrad in die Stadt kommen. Es wird weiter Wege geben, die ich auch schnell zurücklegen möchte und nicht nur die Wege, die ich entspannt und erholsam zurücklegen möchte. Also das wird, glaube ich, ein wichtiger Aspekt der Zukunft sein, dass wir die Innenstadt attraktivieren, dass wir die Menschen, die dann vielleicht nur noch zwei Tage die Woche in die Stadt kommen, dass wir aber trotzdem Reize auf sie ausüben, dass sie dann an den anderen Tagen dann für die Freizeitgestaltung, um in die Gastronomie zu gehen, dann doch wieder zurückkommen in die Stadt und diese Freizeit dann auch hier genießen, sonst werden wir Probleme haben. Ich würde an dieser Stelle gerne ein paar Sätze von Frau Katja Czalic hier erwähnen. Sie hat uns vorab ein Statement zukommen lassen. Sie ist vom Handels- und Dienstleistungsverband Osnabrück-Emsland und hat uns ein sehr ausführliches Statement aus ihrer Sicht zur Stadtentwicklung Osnabrück geschickt. Das passt an dieser Stelle ganz gut rein. Sie ist der Meinung, dass die Multifunktionalität der Innenstadt, wir sprechen jetzt speziell über die Innenstadt, so das große Potenzial der Zukunft ist. Ich lese mal vor. Es geht in Zukunft darum, einen ausgewogenen Mix aus allen Funktionen für Osnabrück zu finden. Also aus Handel, Gastronomie, Dienstleistungen, Tourismus, Kultur, aber auch Wohnen in der Innenstadt. Wohnen in der Stadt belebt einerseits und führt andererseits auch zu mehr Handel, denn es werden zum Beispiel mehr Lebensmittel benötigt. Weiter gedacht führt dies natürlich aber auch zu mehr Lieferverkehr und gegebenenfalls auch Pendlerverkehr. Und damit, denke ich, ist ein weiterer wichtiger Punkt für die Zukunft der Innenstadt genannt, nämlich, dass Osnabrück als Oberzentrum nicht nur die Osnabrücker mit Waren versorgt, sondern auch die Umlandbewohner mit Waren und gegebenenfalls Dienstleistungen versorgen soll und muss. Die Erarbeitung eines modernen Verkehrskonzeptes wird daher eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Monate und Jahre sein. Hier gilt es, ein durchlässiges Verkehrskonzept für alle Verkehrsträger zu entwickeln. Das mal ein kleiner Auszug aus Ihren Worten, die sie uns vorab geschickt hat. Ja, ein durchlässiges Verkehrskonzept. Wie kann denn sowas aussehen? Mal die Frage irgendwie runden. Also wenn ich vielleicht darauf direkt eingehen darf, so ein bisschen schwingt eigentlich immer noch die alte Formel aus diesem Statement mit, die Stadt muss erreichbar bleiben und dahinter steckt dann oftmals diese monostrukturierte Ansicht, das geht und die Erreichbarkeit kann ich nur mit dem Auto erreichen. Also wir müssen sehr genau hingucken, welche Verkehre wirklich noch mit dem motorisierten Individualverkehr abgeleistet werden müssen. Wir müssen uns natürlich anstrengen, dass wir den Radverkehr auch in die Umlandgemeinden verbessern. Wir müssen uns aber auch anstrengen, dass wir ein besseres ÖPNV-System kriegen und gleichzeitig damit verbunden auch eine bessere Logistik. Also das heißt, dass ich nicht mehr dieses Argument habe, wenn ich in die Stadt fahre zum Arbeiten, zum Arzt oder Sonstiges und zufällig dann noch eine Waschmaschine kaufe oder eine Kaffeemaschine, dass ich deshalb immer das Argument habe. Ich muss mit dem Auto fahren, weil falls ich dann eben meine Kaffeemaschine kaufe, möchte ich die ja mit nach Hause nehmen und das kann ich nur mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad oder nicht mit dem Bus. Also da müssen wir eben hinkommen und das wird eine große Anstrengung sein, vor allen Dingen bestimmte Gruppen auch in der Stadt davon zu überzeugen, dass das unser Ziel sein muss und dass man nicht einfach immer daran festhält und sagt, ja, aber es kann nicht jeder mit dem Fahrrad, es kann nicht jeder mit dem Bus. Natürlich kann das nicht jeder. Aber wenn wir die, die es können, dann schon von der Straße haben, dann haben wir eigentlich schon die Durchlässigkeit, die wir brauchen. Denn es ist hier nicht so, dass wir in Osnabrücken ein Verkehrskonzept haben, was ständig kollabiert. Wir haben 700 Kilometer Straßen, die funktionieren auch. Wir haben nur eine zu große Menge an motorisierten Individualverkehr, wo nur eine Person im Auto sitzt. Die Frage zum Verkehr würde ich gerne noch mal weiter in die Runde geben an die anderen Teilnehmer. Wie sehen Sie das? Wie gut ist Osnabrück in Sachen Mobilität aufgestellt und was ist möglich? Ja, also ich würde gerne erst noch direkt auf das Statement eingehen. Also grundsätzlich ist ja immer die Position des Einzelhandels oder fast immer, dass die die Autoanbindung extrem wichtig ist und es gibt jüngere Studien dazu, dass Einzelhändler innen dazu tendieren, den Anteil des Umsatzes, den sie mit Autofahrern machen, zu überschätzen. Das heißt, der Anteil derer, die eben nicht mehr mit dem Auto kommen, ist tendenziell höher, als der Einzelhandel das selber annimmt. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt nur darauf setzen sollte, alle, die jetzt zum Einkaufen nach Osnabrück kommen, sollen jetzt nur noch mit dem Lastenrad oder dem Fahrrad kommen. Das ist natürlich unrealistisch. Und ich hoffe, dass auch weiterhin Leute mit dem Auto nach Osnabrück reinkommen werden. Denn die größte Konkurrenz ist natürlich der Online-Handel, der eben auch dazu führen wird, dass viele der Menschen, die früher nach Osnabrück mit dem Auto zum Einkaufen gekommen sind, vielleicht auch jetzt noch, in Corona haben das ja viele dann eben auch schon nicht getan. Aber die zunehmende Ausbreitung des Online-Handels wird eben auf jeden Fall dafür sorgen, dass immer weniger Menschen zum Einkaufen irgendwo in eine Stadt fahren und tun es sicherlich immer weniger rein für den Einkauf, weil den kann man ja eben auch bequem von zu Hause machen. Das heißt, die Städte müssen mehr bieten als nur Einkauf, um überhaupt noch solche Verkehre anzuziehen, wenn man die denn anziehen will. Und dazu gehört sicherlich eine attraktive Innenstadt, die dann eben auch verkehrsberuhigter ist, als sie im Moment ist und vielleicht mehr Grün, mehr Freiraum bietet. Vieles von dem, was Herr Manske gerade auch schon angesprochen hat. Da muss man natürlich Kompromisse finden zwischen einerseits Platz schaffen, um attraktiver zu werden, Platz schaffen eben auch für andere Verkehrsformen und gleichzeitig eben noch auch genug Raum für die Autofahrer zu lassen. Aber dass die Autofahrer dabei nicht unbedingt genau bis vor den Laden fahren müssen, ist, glaube ich, auch mittlerweile bei fast allen angekommen. Oder manche wollen es vielleicht noch nicht wahrhaben. Aber ich glaube, in Fachkreisen ist man sich da schon relativ einig, dass man eine Innenstadt nicht unbedingt bis zum letzten Meter befahrbar halten muss. Und noch ein weiterer Punkt. Ich glaube, man sollte, was den Einzelhandel in der Innenstadt angeht, auch nicht vergessen, man muss auch attraktiv bleiben für die Leute, die eben im Umfeld wohnen, also im direkten städtischen Umfeld, die eben immer mehr mit dem Lastenfahrrad ihre Einkäufe erledigen oder mit anderen Mobilitätsformen. Und da läuft die Osnabrücker Innenstadt vielleicht auch ein bisschen Gefahr, an Attraktivität zu verlieren. Weil wir haben eine Reihe von Subzentren, die meiner Meinung nach in den letzten Jahren zum Teil auch an Attraktivität gewonnen haben, was die Einzelhandelssituation angeht. Also beispielhaft, das Nahnet-Center hat deutlich an Attraktivität gewonnen und wird auch, glaube ich, viel stärker frequentiert, als das vor den Renovierungsarbeiten da war. Aber das Gleiche habe ich auch an anderen Standorten beobachtet. Und die stehen natürlich auch als Konkurrenz zur Innenstadt. Und wenn ich denn mit dem Fahrrad oder mit dem Lastenrad meinen Einkauf erledigen will, ist dann natürlich auch die Entscheidung, fahre ich in das Subzentrum, das näher ist, wo ich vielleicht mein Lastenrad auch besser abstellen kann? Oder fahre ich in die Innenstadt, wo ich eigentlich gar keine Abstellmöglichkeiten vernünftig für ein Lastenrad habe? Herr Orte schüttelt etwas den Kopf. Ich bin selber kein Lastenradfahrer, aber ich beobachte das immer wieder, dass da scheinbar Schwierigkeiten bestehen, richtige Stellplätze für zu finden. Das ist auch nur ein Beispiel, das Lastenrad ist dabei natürlich eigentlich nur ein Symbol für neue Mobilitätsformen, die eben auch mehr Platz beanspruchen, breitere Radwege brauchen. Und darauf ist diese Stadt noch nicht eingestellt. Herr Manske, weil Sie jetzt schon häufiger auch nochmal erwähnt wurden, wie ein Osnabrück, das nach außen hin strahlt, über seine Grenzen hinweg, wie sieht das aus verkehrspolitischer Sicht, wie sieht der Verkehr dort aus, wie sieht die Innenstadt aus, wie sehen die Quartiere aus? Also ich bin kein Verkehrsspezialist und will die Diskussion jetzt auch nicht weiter vertiefen. Ich wollte nur vorhin sagen, dass ich nicht nur Radschnellwege hier sehen will, sondern eben mehr Generationen Radwege, wo auch alle Generationen was machen können. Und die Fördermittelkultur ist mitunter eher sehr schlaglichtartig und fördert dann eben diese großen Radwege, wo man dann von allen Seiten Leute, die älter sind oder auch jünger sind, hört, dass man die gar nicht benutzen kann, weil da ziemlich hart Fahrrad gefahren wird. Und das muss man dann natürlich auch ins Gewicht bringen. Was die Vernetzung der öffentlichen Räume betrifft mit dem Umland, das ist eine ganz spannende Frage, wie ich finde. Die Hochschule hat sehr, sehr viele Konzepte entwickelt zu der Frage Erholungslandschaften bis nach Bransche, Wallenhorst und so weiter, also ins ganze Umland. Da gibt es reichlich Möglichkeiten. Und wir müssten viel verstärkter die Umlandkommunen in diese Planung mit einbinden und hier interkommunale Konzepte entwickeln, die uns stärker verknüpfen und zusammenbringen, die im Sinne von Landschaft im Grunde genommen auch denken. Und da ist es für mich so eine kleine Metapher, ist das Erdgeschoss im Parkhaus, das man längst von mir aus ab Montag umfunktionieren könnte als Fahrradstellplätze. Wir haben reichlich Parkhäuser in der Innenstadt und die könnten sofort das Thema Fahrrad aufgreifen und schon sind die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt eingeschränkt und dann hätte man schon eine Menge an Möglichkeiten, die man umsetzen kann, so als interessanter Griff, so wie das unsere Nachbarn, die Niederländer, schon seit 30 Jahren machen. Dann das Thema grüne Finger will ich mal aufgreifen, um den Fokus noch mal zu verbreitern von den versiegelten Mobilitätsräumen zu den weichen Räumen. Und zwar bieten diese grünen Finger ja gerade das Potenzial, dass sich diese Stadt im Nahraum tatsächliche Erholungslandschaften beinahe bis vor die Haustür leisten kann und die auch entwickeln kann. Und das ist ein faszinierendes gesamträumliches Bild, was man sich da vorstellen kann, dass eine Stadt geradezu idealtypisch Freiräume zu bieten hat, die die Innenstadt beinahe treffen oder berühren oder auch erreichen, sodass man also entscheiden kann, ob man in der grauen Infrastruktur mit dem Fahrrad rausfährt oder in der grünen Infrastruktur mit dem Fahrrad rausfährt. Das ist ein faszinierendes Bild einfach. Und ich finde es sehr wichtig, dass man die Mobilitätsdiskussion nicht nur an Zahlen koppelt, sondern vor allem auch an Erlebnisqualitäten und an räumliche und sinnliche Aspekte. Ich kann dann anhalten und meinetwegen Yoga auch alleine am Radweg machen, weil ich dazu Lust habe. Oder ich kann eben auch Obst pflücken vom Apfelbaum, wie ich das vorhin erwähnt habe, um einfach diese ganz stark gewollten, weicheren Aspekte in eine mittelgroße Stadt reinzuholen. Und ich meine, dass da ein großes, ein sehr großes und möglicherweise unterschätztes Potenzial in der Stadt ablesbar ist, also eigentlich offensichtlich ist. Und wir versuchen das in unserem Forschungspfekt über die grünen Finger ja sehr stark auch herauszuarbeiten. Und noch einmal vielleicht in einer möglicherweise günstigen Stunde gerade. Wir haben ja die Sturmerfahrung, die Hochwassererfahrung hinter uns. Wir sehen die Trockenperioden und so weiter. Und wir sehen aber auch gleichzeitig den Bedarf nach einem neuen qualitativen öffentlichen Raum, dass da die grünen Finger ein, ich glaube, europäisch messbares, unvergleichliches Potenzial bieten, die Stadt überhaupt zu entwickeln. Und noch kurz eine Anregung, und zwar die Innenstadtdiskussion, würde ich unbedingt mit der Quartiersdiskussion zusammendenken wollen. Ich finde es schwierig, die Innenstadt zum Designobjekt für Festivalisierung, Events und Shopping zu machen und nur an den Einzelhandel zu knüpfen, sondern die Innenstadt ist auch ein Wohnraum und ein Bereich, in dem Wohnen eine elementare Möglichkeit bietet. Es werden endlos an den Stadträndern Wohnungen gebaut in Form von einfachen Gebäudetypologien, während in der Innenstadt hochwertiger Wohnungsbau sehr gut vorstellbar ist. Und ich kreiere ja schon seit Längerem eine Bauform, das Osnabrücker Stadthaus zu kreieren und zu entwickeln, auch über Wettbewerbe zum Beispiel, wo man einen Typus entwickelt, der diese Innenstadt als Wohnform mit messbaren Hausgrößen, die sogar auch noch einen Innenhof und einen Laubengang fahren können, wieder entwickeln könnte, um zum Beispiel auch diese kleine, sensible Typologie des Hofes herauszuarbeiten. Der Hof in Osnabrück ist ein versiegelter Parkplatz und Müllplatz. Es ist aber kein Lebensraum, es ist kein Lebensort und gerade an diesem Ort kann auch ein ökologisches Denken anfangen, weil ich kann in den Höfen Gärten entwickeln, ich kann da Spielplätze draus machen, aber ich brauche da keine Autos drin. Das ist auch wieder so ein ganz großes Thema, was so schwer umzusetzen ist. Da würde ich gerne einhacken, Herr Manske. Wir haben auch vom Naturschutzbund diesmal ein Videostatement uns zukommen lassen. Jonas Brandt hat uns da was zugeschickt, das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Ja, hallo, ich bin Jonas Bolt, war jetzt lang Jahre Jugendsprecher beim NARU in Osnabrück, also beim Naturschutzbund und mein Fokus liegt daher auf den Bereichen Naturschutz und Umweltbildung. Das sind zwei Bereiche, die meiner Meinung nach eng zusammengehören, denn wir brauchen einerseits natürlich Flächen, auf denen wir irgendwelche wertvollen Biotope schaffen können oder die wir aufwerten können als Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Andererseits brauchen wir auch Menschen, die bereit sind, diese Flächen weiterhin zu erhalten, die bereit sind, etwas für Natur- und Schutz zu geben. Und da ist es eben ganz wichtig, dass insbesondere in der Kindheit positive Naturerfahrungen gemacht werden können, dass ein Interesse an der Natur geweckt wird, dass vielleicht sogar eine Art Naturverbundenheit entsteht oder Identifikation mit Naturräumen oder Tieren und Pflanzen. Und genau, das sind zwei Aspekte, die aber sehr gut auch Hand in Hand gehen, denn in schönen, sage ich mal, oder in artenreichen Naturräumen halten sich Menschen auch gerne auf. Also da gibt es auch viele umweltpsychologische Untersuchungen zu. Und an sich haben wir in Osnabrück auch die Möglichkeit, also es gibt Parks, Friedhöfe, Spielplätze, viele, viele Grünflächen. Und unsere Aufgabe ist es meiner Meinung nach, diese Flächen aufzuwerten, konsequent dafür zu sorgen, dass da eben die Artenvielfalt erhöht wird und diese Flächen aber dann gleichzeitig auch zugänglich sind, zugänglich bleiben, dass einfach eben diese Verbindung entstehen kann, dass sie genutzt werden können für Umweltbildungszwecke. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt auch, dass es eine gerechte Verteilung des Zugangs gibt, dass also Menschen aus allen Stadtteilen die Möglichkeit haben, vor ihrer Haustür mit ihren Kindern in irgendwelche wirklich, ja, nicht aufgeräumten Parks nur, sondern, oder sterile Spielplätze, sondern auch wirklich schöne, naturnahe Flächen zu gehen und dort eben auch diesen, ja, einfach in Kontakt zu kommen mit der Natur. Und gleichzeitig wären diese Flächen natürlich auch, wäre ein enges Netz an Flächen, so ein Flächenverbund vielleicht sogar auch direkt ein Mehrwert für die Natur in Osnabrück. Ja, ein niederschwelliger Zugang zu Verweilflächen, zu Natur, Chancengleichheit auch für alle. Frau Rommel, darf ich da einfach mal bei Ihnen wieder anknüpfen, beziehungsweise können Sie da mal anknüpfen. Wie wichtig ist sowas aus Ihrer Sicht? Ja, aus meiner Sicht ist es wirklich extrem wichtig, gerade wenn wir jetzt uns nochmal auf die aktuelle Situation beziehen, wo auch wirklich, ja, auch nur draußen zusammengekommen werden darf. Also wir werden ja schauen, wie es sich jetzt die nächste Zeit entwickelt, aber das war ja jetzt die ganze Zeit Status Quo. Und ich denke, allein dieser kleine Platz beispielsweise in der Osnabrücker Innenstadt, der da vom, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, vom Grünen Jäger und anderen Kneipen, die da noch ansässig sind, genau, allein dieser Platz beispielsweise, den gab es früher nicht. Und da habe ich schon das Gefühl, dass sich dort beispielsweise auch eben, ja, verschiedene Menschen treffen. Und man merkt auf der anderen Seite auch jetzt, wo der Schlossgarten lange nicht benutzbar war, dass da beispielsweise was fehlt, auch im Uni- und Campusleben, würde ich sagen. Und genau, also mein Fokus ist natürlich jetzt erstmal nicht im Spezifischen, dass sich das sozusagen unbedingt in solchen Naturräumen stattfinden muss. Aber ich denke, die Kombination davon ist auf jeden Fall, ja, kann sehr fruchtbar sein, denke ich. Und es ist da auch wichtig, sozusagen auch Stadtteile, die vielleicht als Brennpunktstadtteile oder als sozial schwache Stadtteile gesehen werden, vielleicht in solcher Hinsicht insbesondere zu unterstützen, weil es eben auch, ja, wie wir auch in unserem Projekt immer wieder sehen, Anschlussmöglichkeiten dann gibt für weiterführendes zivilgesellschaftliches Engagement, für, ja, einfach Kontaktnetzwerke, die entstehen und Kontakte, die entstehen. Genau, und wenn wir uns allgemein, ja, auch diesen Trend, aber der wahrscheinlich auch gesund ist, aufnehmen, zu sagen, wieder mehr sinnliche Erfahrungen anstatt nur Online-Erfahrungen, mehr, ja, vielleicht auch Naturverbundenheit, auch als ein Aspekt von psychischer Gesundheit und Ausgeglichenheit, dann denke ich, ja, es ist sehr wichtig und speziell eben nochmal für Menschen, die vielleicht sonst von vielen anderen Bereichen auch ausgeschlossen sind oder starke Zugangshürden empfinden, die ja auch nicht immer sozusagen offiziell sein können, die aber allein sozusagen aus einer habituellen Sicht, dass man sich eben vielleicht nicht zugehörig, nicht willkommen fühlt, kein Selbstverständliches hat, sich in bestimmten Räumen der Stadt zu bewegen, da gibt es immer dieses bekannte Museumsbeispiel, das, denke ich, ist was Wichtiges. Und ich kann es jetzt so aus meiner Heimatstadt Münster sagen, beispielsweise, da gab es so ein Projekt in Münster Kinderhaus, das hieß Kunst am Rande und das hat letztes Jahr stattgefunden. Das war beispielsweise schön, weil, ja, Kunstwerke in der Natur aufgehangen wurden und auch durch einen Verein organisiert und dadurch, ja, einfach auf den Spazierwegen, das zum Beispiel erfahrbar war und es eben solche Hürden dann nicht gab. In Osnabrück gibt es ja ziemlich viele Flächen, die inzwischen, ja, frei geworden sind, neu genutzt werden können. Wir sprechen von den Konversionsflächen, auf denen, ja, die früher von den britischen Streitkräften genutzt wurden. Es gibt sehr viel Raum, der jetzt im Prinzip, ja, neu gestaltet werden kann. Welches Potenzial liegt in diesen Räumen, auch mit Blick zum Beispiel auf naturnahe Räume oder neue Wohnformen, die dort geschaffen werden können? Also ich glaube, wenn ich darauf antworten darf, so viel sind diese Räume gar nicht mehr. Denn von den Konversionsflächen der ehemaligen britischen Streitkräfte ist die letzte Kaserne der Limberg derzeit in der Umsetzung. Das heißt, dieses ganze Potenzial ist bereits aufgebraucht. Ob richtig aufgebraucht oder ob das man auch hätte anders machen können, will ich einfach mal dahingestellt lassen. Aber es ist aufgebraucht. Das hat in erster Linie dazu gedient, der Wohnraumnachfrage zu dienen. Die meisten Flächen sind wirklich als Wohnungsflächen benutzt worden. Ich sehe aber in den doch noch verbleibenden zum Beispiel dem Güterbahnhausareal eine gute Chance, wirklich zu einer anderen Form der Stadt zu kommen. Wir haben dort ja das Ziel, dass wir auch so nah, zentrumsnah eine große Anzahl von Wohnraum schaffen, dass dieses Quartier nach Möglichkeit energieautark sein soll. Dass es sich um eine Schwammstadt handelt, die gleichzeitig auch einen eigenen Wasserhaushalt sozusagen hat. Das heißt, auch dem entgegenwirkt, was ein Zukunftsproblem in den Städten ja sein wird, nämlich mit Starkregen umzugehen. Und all das versuchen wir in so einem, kann man wahrscheinlich sagen, experimentellen Stadtteil unterzubringen auf diesem Güterbahnhausgelände. Und da sehe ich eine gute Chance drin. Bei den anderen Gebieten haben wir eine große Kleinteiligkeit, die wir derzeit noch entwickeln können, wo wir an vielen Stellen dann schon auf Probleme stoßen und nicht zuletzt natürlich auch im politischen Raum noch völlig unterschiedliche Ansichten darüber existieren, wie Stadt der Zukunft dann auch aussehen soll. Also wir sind uns, habe ich so das Gefühl, relativ einig hier in diesem Forum. Da sind es nur Nuancen, die uns vielleicht unterscheiden. Aber das ist noch lange nicht im politischen Raum und in der Bevölkerung angekommen. Das sehe ich noch als das größte Problem an. Wenn wir von so einem Zukunftsviertel wie dem Lockviertel sprechen, was ja wirklich auch so ein bisschen als experimentelles Viertel, in dem auch viel ausprobiert werden soll, angelegt ist. Herr Manske, welche Potenziale sehen Sie da zum Beispiel? Also das Lockviertel, das sehe ich eigentlich als ein Glücksfall an für die Stadt. Vom Investor bis hin zu der konzeptionellen Annäherung, die wir gerade vornehmen. Ein Glücksfall, der auch ausstrahlen kann, was Städtebauern in den letzten 10 bis 15 Jahren leisten muss. Das darf man vielleicht sogar so sagen. Es gibt dort eine fachlich sehr kooperative Umgangsweise innerhalb der Kollegenschaft. Und ich glaube, dass auch die Politik erkennen wird, dass in dem Quartier schon ein Modellfall möglich ist, statt tatsächlich, ja, im Grunde genommen, es ist ja verrückt, hinterm Bahnhof zu entwickeln. Als Metapher ist es ja verrückt, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, dort kann es gelingen, gerade die fachliche Kompetenz der Region auch zu versammeln. Und das muss auch gelingen, weil dieses Quartier im Moment so viel Potenzial verspricht und nicht ein Versprecher werden sollte. Das wäre wirklich sehr schade und wohl auch eine große Enttäuschung für die lokale Kollegenschaft. Da muss man ja auch mal eine Hand zerbrechen. Wir haben interessante Architekten in der Region, in der Stadt, die an solchen Stellen auch zu Werke kommen sollten und bauen können sollten dann auch. Und das bietet das Lokviertel erstmal. Und ganz konkret, was heißt es, wir werden dort, also wir haben einen ersten Preis vergeben können an ein städtebauliches Konzept, was sehr wertvoll ist, was sehr hochwertig ist, was eine robuste Rahmenstruktur bietet tatsächlich und die Möglichkeit, würde ich sagen, das auch tatsächlich über 10 bis 15 Jahre zu verfolgen. Man muss sich dahinter versammeln, wenn man das erreichen will und das politisch auch möglichst wohlwollend im Auge behalten, weil es einfach langfristig wie eine Botschaft aus dieser Zeit wirken könnte. Entschuldigen Sie, wenn ich ein bisschen schwärme, aber das ist tatsächlich ein Punkt, der nicht überall so glückt, wie wir es jetzt gerade haben. Und deswegen bin ich da ziemlich meinungsstark positiv und erstmal auch ohne große Differenzierung, ehrlich gesagt. Schwärmen ist gar nicht verkehrt. In Anbetracht der fortschreitenden Zeit würde ich nämlich hiermit gerne nochmal den Blick Richtung Zukunft öffnen und nochmal eine kleine Blitzrunde durch unser Podium hier machen. Jeder von Ihnen darf jetzt gerne mal eine kurze, kleine Zukunftsvision der Stadt Osnabrück, sagen wir mal, 2041, also in 20 Jahren zeichnen. Sie dürfen sich sehr gerne kurz halten. Wie sollte Osnabrück dann aussehen aus Ihrer Sicht? Frau Wammel, vielleicht beginnen Sie. Ja, vielen Dank. Ja, wir haben ja hier schon viele schöne Ideen gehört. Also gerade in Sachen Verkehrsberuhigung würde ich mir wünschen. Also es gibt ja vielleicht sogar eine autofreie Innenstadt. Was von mir jetzt, ich bin kein Verkehrsplaner, manchmal vielleicht etwas naiv wäre, ist die Vorstellung einer Tram im Innenstadtbereich. Und ja, die sozusagen dann möglich macht, ohne Kraftfahrzeuge da bestimmte Strecken noch zu erreichen. Ansonsten stelle ich mir eine Stadt vor, die es schafft, auch einen Ausgleich zu schaffen zwischen den verschiedenen Quartieren, sodass sich soziale Ungleichheiten nicht weiter verfestigen. Das heißt natürlich auch Investitionen, ja, in schöne Grünflächenprojekte, aber auch in handfeste, ja, Integrationsprojekte, Bildungsprojekte, die dann notwendig sind und auch einfach, ja, Investitionen, um den einen oder anderen Stadtteil vielleicht aufzuwerten. Ein Punkt, der mir jetzt vielleicht noch wichtig wäre, der gar nicht angesprochen wurde, ist auch die Drogenszene in Osnabrück. Also, ja, hat vielleicht auch was mit dem Gesamteindruck vom Neumarkt zu tun. Da wäre es mir auch wichtig, da vielleicht eine Diskussion zu führen, ob Konsumräume, die staatlich finanziert sind, beispielsweise eine Möglichkeit wären, die Lebensqualität der Konsumentinnen, aber eben auch der Anwohner und Passanten dort zu verbessern. Ja, vielen Dank, dass Sie den Punkt hier am Ende haben. noch mit reinbringen konnten. Eine Zukunftsvision, Herr Franz, Osnabrück 2041. Wie sieht Ihre aus? Ja, also ich hoffe, wir haben dann eine von attraktiver Nutzungsdurchmischung geprägte Innenstadt und ich hoffe, wir haben nachhaltiger gestaltete Gewerbegebiete, in denen viele hochwertige Unternehmen sitzen, die attraktive Arbeitsplätze bieten und damit weiter, ja, Osnabrück ermöglichen, eine prosperierende Stadt zu sein. Und eine Stadt, in der die Lebensqualität vielleicht noch weiter hoffentlich gewachsen ist, in dem eben auch die grünen Finger, die Herr Manske ja schon ausführlich angesprochen hat, erhalten geblieben sind und vielleicht sogar noch in ihrer biologischen Vielfalt, wie wir das in dem Einspieler gesehen haben, gewachsen sind. Und ja, also das ist, ich glaube, es ist viel positive Entwicklung möglich, aber es gibt eben auch mit Digitalisierung, sprich Online-Handel, mit Klimawandel und den Auswirkungen und viele mehr sehr, sehr starke Herausforderungen und es wird nicht einfach, da hinzukommen. Dankeschön. Herr Otto, dann gebe ich das Wort an Sie, Ihre Vision. Ja, 2041 werden wir eine Stadt haben, in der wir eine möglichst große Vielfalt in der Innenstadt haben, die sich nicht ausschließlich auf den Handel stützt und Gastronomie, sondern auch auf Freizeit, auf Dienstleistungen und ähnliche Dinge. 70 Prozent des Verkehrs werden nicht mit dem Auto gemacht werden, sondern mit ÖPNV, dem Rad und zu Fuß in der Stadt erledigt werden. Das setzt natürlich auch voraus, dass wir ein intelligentes Logistiksystem haben in der Stadt, wo nicht jedes Päckchen in jede Straße einzeln gefahren wird, sondern andere Konzepte, an denen wir jetzt schon übrigens arbeiten, dann ergreifen. Und 2041 haben wir hoffentlich schon mindestens 18 Jahre in einem Zweckverband mit den Umlandgemeinden die Planungen durchgeführt und nicht jeder nur rund um seinen Kirchturm. Vielen Dank. Herr Manske, eine kurze Vision dann noch von Ihrer Seite. Vielen Dank. Erstmal macht es Spaß zuzuhören. Ich finde, da sollte man mal als Motiv in die Stadt reinstreuen, dass man Menschen die Religion 2041 einfach äußern. Das ist eine schöne Gesichte, die auch Spaß macht. Ich erlaube mir vielleicht, die sinnliche Stadt mal in den Fokus zu rücken, die emotionale Stadt, also den Ansatz, der die letzten fünf bis acht Jahre in der Planung hochgekommen ist und da vom Kleinen zum Großen. Tatsächlich vom kleinen Detail der Stadt, also der Trinkbrunnen und der Wasserbrunnen in der Innenstadt bis zum großen Rahmen der grünen Finger hätte die Stadt und hat die Stadt eine große Menge an Möglichkeiten, was zu tun. Das kann also der Spannungsbogen sein von der gesicherten Kunsthalle Osnabrik, in der die Sinnesfrage in erster Linie diskutiert wird und in den Fokus genommen wird. Zeitgenössische Kunst ist einfach ein wunderbares Instrument, um mit künstlerischer Praxis auch sinnliche Wahrnehmungen zu erproben und mit Menschen auszuprobieren. Ich sehe diese Stadt dann vom Quartier zur Innenstadt ganz stark als eine fahrraderschlossene und fußgängererschlossene Stadt, die sozusagen über das Quartier zur Innenstadt führt und die Innenstadt weniger als einen Eventraum versteht, sondern tatsächlich auch als einen Stadtteil, in dem man wohnen kann. Und dann zurückgeschaltet auf die sinnliche Qualität der grünen Finger und vor allem der Höhen, die diese Stadt hat. Wir haben ja sieben Berge um die Stadt herum, die viel stärker thematisiert werden sollten, mit Aufsichtsturmen, Balkonen, Treffpunkten, Restaurants und so weiter. Ließe sich eine Stadt der Wohnqualität entfalten, die vielleicht nur noch notwendig macht, dass man alle zwei Jahre die Stadt verlässt für seinen Urlaub. Vielen Dank für diese Worte. Ja, das war unsere Runde heute. Es ging um die Zukunft der Stadt Osnabrück, um Ziele, um Chancen, um Herausforderungen. Mit dabei Dirk Manske, Inken Rommel, Frank Otte und Martin Franz. Vielen Dank Ihnen, dass Sie dabei waren. Und danke auch an alle, die sich zugeschaltet haben und die Diskussion mitverfolgt haben. Ich bin Merle Giebeler und wünsche allen alles Gute. Vielen Dank. Er repariert. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Untertitelung des ZDF, 2020